Sehr interessant. 7.30 Uhr. Sumpfhuhn Nummer 12. Verlässt das Nest. Psst, nicht stören. Naturwissenschaftliche Feldforschung. Ich bin hier als Beauftragter des Berstädter Umweltamtes. Es geht um die letzten Exemplare des rot getüpfelten Sumpfhuhns. Da drüben, auf der Hühnerinsel, da leben sie. Und ich beobachte sie rund um die Uhr. Das ist ein verantwortungsvoller Posten, aber auch mühsam. Wenn ich sie nur direkt beobachten könnte, diese seltenen Vögel. Aber so aus der Ferne? Na ja, sicher. Ich darf als Einziger auf die Insel. Aber ein paar Mal am Tag hin und her rudern, das ist nichts für mich. Der Umweltmensch sagte ja lustig, nehmen Sie doch Ihren Bauwagen und ziehen Sie auf die Insel. Das wäre natürlich ein Traum. Eine Insel ganz für mich alleine. Aber wie soll der Bauwagen auf die Insel kommen? Es gibt ja noch nicht mal eine Straße zum Ufer. Ein Fährschiff gibt es auch nicht. Und der Bauwagen kann nun mal nicht schwimmen. Ja, wenn er fliegen könnte. Das ist, äh, fliegen. Fliegen. Ja, warum eigentlich nicht? Er könnte doch fliegen. Ich habe da schon eine Idee. Und es wird auch funktionieren. Die Probleme sind im Grunde gelöst. Es fehlen nur noch ein paar wissenschaftliche Versuche. Und das hier ist einer davon. Ja, sehr schön. Also, ich werde den Bauwagen zum Fliegen bringen. Auf die Hühnerinsel. Aber, nicht nach Flugzeugart. So ein Jumbo-Jet, der braucht ja schon mal unheimlich starke Düsentriebwerke, um überhaupt oben zu bleiben. Er braucht Auftrieb, dafür muss er schnell sein. Und, hm, solche Triebwerke habe ich nicht. Außerdem braucht sowas eine lange Landebahn. Gibt's auch nicht auf der Hühnerinsel. Ne, es gibt ja eine andere Art noch, sich in die Luft zu erheben. Die viel elegantere. Man kann sich nämlich leichter machen als die Luft. Dann wird man schwerelos, man schwebt und kann dann überall hinfliegen, wo man will. Was macht denn inzwischen meine Wurst? Aha, sie ist größer geworden. Weil nämlich die Sonne drauf schien und die Luft da drin hat sich erwärmt und hat sich ausgedehnt. Ich hab's geahnt. Genau so werde ich meinen Bauwagen zum Fliegen bringen. Er kommt mal mit. Noch ein Versuch. Ein Luftballon. Den lege ich jetzt mal ins Wasser. Und, ja, er geht unter. Logisch, Gummi ist schwerer als Wasser. Jetzt aber werde ich etwas Luft hineinblasen. Jetzt ist er noch genauso schwer wie vorher. Aber, ja, er schwebt. Er schwebt im Wasser. Weil er nämlich etwas größer geworden ist. Und das ist der Trick. Damit werde ich auch meinen Bauwagen zum Fliegen bringen. Aber zugegeben, der Trick ist nicht von mir. Den habe ich von einem Plattfisch namens Bertha Butt. In der Nordsee lebte einmal eine Scholle namens Bertha. Wie alle Schollen war sie dunkelbunt getüpfelt und trug beide Augen auf einer Seite. Nämlich auf der oberen. Ich sollte vielleicht noch sagen, dass Bertha ein Plattfisch war. Von der Seite sah sie, naja, im Platt aus. Ihr Bauch war weiß und beide Augen trug sie sozusagen auf dem Rücken. Das war sehr praktisch, denn normalerweise lag Bertha gut getarnt flach auf dem sandigen Meeresboden. Und schaute nach oben. Nach Nahrung oder nach anderen Fischen, die sich im flachen Wasser tummelten. Und dabei wurde sie manchmal neidisch. Fast alle anderen Fische konnten sich viel eleganter bewegen als sie. Wie ein Aufzug konnten die anderen im Wasser einfach auf- und abtauchen. Oder einfach schwerelos stehen bleiben. Während sie mühsam nach oben spattelte. Dauernd musste sie ihre Flossen bewegen, sonst würde sie langsam aber sicher wieder absacken. Tja, der Hering, das wusste sie, hatte etwas, das ihr fehlte. Eine Schwimmblase. Eine Art kleiner Luftballon im Bauch. Sehr praktisch. Wenn er Luft hineinpumpte, stieg er nach oben. Ließ er die Luft wieder raus, sank er automatisch tiefer. Ja, und bei halber Füllung schwebte er einfach, ohne sich anzustrengen. Ach, so im Wasser tanzen können wie ein Hering, seufzte Bertha. Oder mal ein Dickerchen machen, ohne dass man ständig auf irgendwen drauf fällt. Außerdem gab es ja auch noch die tieferen Wasserschichten, in die Bertha hineinfallen konnte, wenn sie nicht aufpasste. Da unten war es auch am Tage dunkel und allerhand zwielichtige Gestalten trieben sich da herum. Und dann der Wasserdruck. Bertha musste sich die Ohren zuhalten und wurde noch platter, als sie sowieso schon war. Ja, es war mühsam, ein Plattfisch zu sein, bis eines Tages Bertha in der Nähe des Strandes etwas Seltsames sah. Ja, einen kleinen Gummiball, den Kinder wohl vergessen hatten und der auf der Wasseroberfläche tanzte. Bertha hatte eine Idee. Sie zog den Ball hinunter, nahm allen Mut zusammen und verschluckte ihn. Naja, jetzt war sie nicht mehr die Schlankste, aber sie schwebte. Einfach so, ohne die Flossen zu bewegen. Sie musste nur ab und zu den Gummiball zusammendrücken. Dann sank sie etwas, ließ sie ihn los, stieg sie auf. Jetzt endlich konnte sie mit dem Hering und den anderen Fischen tanzen. Und danach einfach die Augen zumachen und schlafen. Schwerelos im Wasser schwebend und sanft gewiegt von den Nordseewellen. Ja, genau so schwebt jetzt der Luftballon in meinem Aquarium. Er ist jetzt nämlich genauso schwer wie das Wasser, das er verdrängt. Das ist der Trick. Das Schöne ist nun, das funktioniert nicht nur im Wasser, sondern auch in der Luft. Meine Plastikwurst, oho, ist schon größer geworden, nicht? Ja, die dürfte ungefähr noch so 100 Gramm wiegen, nicht? Der Kunststoff. Und die Luft, die sie verdrängt, das müsste auch etwa, ja, etwa 100 Gramm wiegen. Na, dann müsste doch meine Plastikwurst, ja, ja, sie hebt sich tatsächlich da, sie steigt, es klappt. Wie ein Korken in der Badewanne geht sie nach oben. Ja, wenn das so ist, dann könnte doch meine Warmluftkonstruktion noch was mitnehmen. Zum Beispiel das hier, ja. Hey, hey, hier geblieben. So, ja, 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 es klappt. So wie damals bei den Gebrüdern Montgolfier. Na, die machten ein Strohfeuerchen unter einem hübsch bemalten Ballon und die warme Luft hob das Ganze in die Höhe. Mit den Erfindern. Und das habe ich auch vor, denn, äh, schwerelos muss man die Dinge machen. Und ein Luftschiff ist die eleganteste Art und Weise, etwas Schweres zu transportieren. Ja, und es heißt Luftschiff, weil es nämlich auf der Luft schwimmt, wie ein Schiff im Wasser. Ja, ja, na ja, meistens jedenfalls, aber, na ja, das ist ja nur ein Prototyp. Man wird das Ganze noch sehr viel größer gestalten müssen und vor allen Dingen lenkbar. Nicht das Hopperland, ne, das wird schon. Ja, immerhin, hat es ja früher auch schon so was gegeben. Da hieß es Zeppelin. Na ja, diese fliegende Wurst hier war noch kein richtiger Zeppelin. Aber immerhin, ein Luftschiff hatte auch schon einen Motor. Ja, und dann ging es los. Man gab den schlappen Leinwandhüllen innerlich Stützen, machte die fliegenden Zigarren aerodynamischer und baute stärkere Motoren dran. Viele mutige Luftschiffer flogen damals herum und fielen auch schnell wieder runter. Bis der Graf Zeppelin, das ist nun schon über 100 Jahre her, der Wurst ein Skelett verpasste. Aus Aluminium. Damit bekam das Ganze sozusagen stabile Knochen. Es wurde gefüllt mit Wasserstoffgas. Das funktionierte viel besser als warme Luft, war aber auch gefährlicher, wie wir noch sehen werden. Na jedenfalls war das Luftschiff jetzt erwachsen geworden. Es war verlässlich und groß genug, um Passagiere zu befördern. Es bekam überall passende Garagen gegen Wind und Wetter und flog kreuz und quer durch Europa. Über den Atlantik und sogar nach Afrika und Südamerika. Überall blickten die Menschen staunend nach oben. Aber auch die Passagiere staunten nicht schlecht. Über die Bordküche, über das luxuriöse Restaurant und das Musik- und Raucherzimmer. Verspätungen gab es nur bei starkem Wind. Dann, wenn die Bodenmannschaften die Riesenzigarren nicht richtig in den Griff bekamen. Aber dann, 1937, passierte es. Das Luftschiff Hindenburg fing bei der Landung in Amerika Feuer an. Wasserstoff ist leicht entzündlich. Der Zeppelin stürzte ab und viele Menschen starben. Das war das Ende der Luftschifffahrt. Nee, Wasserstoff kommt hier nicht in Frage. Ja, hier. Warmluft. Bringt doch auch. Ist zwar nicht ganz so leicht wie Wasserstoff, aber warme Luft kann nicht brennen. War ja damals ein furchtbarer Rückschlag für die Luftfahrt. Aber heutzutage gibt es Gott sei Dank lustigst Luftschiff-Konstruktionsbüro. Hier meine neueste Entwicklung. Ein Heißluftschiff mit solargetriebenem Motor. Das gute alte Prinzip der Schwerelosigkeit. Aber gleichzeitig ist das Ding lenkbar und steuerbar und umweltfreundlich. Natürlich zugegeben, so ganz neu ist die Idee auch wieder nicht. Da kenne ich nämlich ein paar Sportler, die fahren im Morgengrauen raus, starten einen Ventilator und blasen Luft in einen langen Schlauch. Nach 20 Minuten so etwa ahnt man schon, das wird ein Luftschiff. Mit Gasbrennern wird dann die Luft da drin aufgeheizt. Das Ding hebt sich und auf geht's. Elegant und lautlos schweben die beiden jetzt über der Landschaft. Diese Gashülle hat innen kein Gerüst, hat auch keine Knochen. Es ist ein Blimp, ein langgezogener Ballon eigentlich. Das sieht man jetzt deutlich nach der Landung. Jetzt langsam runter. Das stolze Luftschiff fällt zusammen wie ein nasser Sack. So kann man es besser wieder einpacken und mit nach Hause nehmen. Also nehmen wir mal an, der Bauwagen wiegt es eine 2000 Kilo. Ja, da wäre es vielleicht doch besser. Ich gebe diesem Blimp da oben ein Skelett. Ja, so was wie das hier. So was hatte der Zeppelin. Oder zumindest ein Rückgrat, damit er den Bauwagen besser tragen kann. Und jetzt die Größe. Luftdichte normalerweise 1,293 Kilo pro Kubikmeter. Warmluft 0,646. Das hieße, ich brauche 3000 Kubikmeter Warmluft. Das wiederum bedeutet, oh oh. Das heißt, diese Wurst müsste 150 Meter lang sein. 150 Meter. Das wäre ja von hier bis zum Marktplatz. Dann kann ich es vergessen. So einen großen Müllsack gibt es ja gar nicht. Vom Föhn ganz zu schweigen. Aber es muss einen Weg geben. Ich muss den Bauwagen zum Fliegen bringen. Ein Fachmann muss her. Und den treffe ich bestimmt hier an der Bärstedter Uni. Dieses Luftschiffchen, das haben Studenten gebaut. Zum Forschen und zum Experimentieren. Und das gucke ich mir jetzt mal näher an. Das ist also der Luftfisch, Ihr Experimental Zeppelin. Herr Kollege, ich darf Sie doch so nennen. Ich baue auch gerade an einem Luftschiff. Aber ich habe da ein Problem. Wasserstoff möchte ich nicht so gerne. Was haben Sie denn da drin, damit er oben bleibt? Wir haben unser Luftschiff mit Helium gefüllt. Elkengas. Das ist ein Edelgas. Was ist denn daran so edel? Ja, das ist unbrennbar, ungiftig und zehnmal so leicht wie Luft. Prima. Das nehme ich auch. Aber warum hat denn der alte Herr Zeppelin das nicht auch benutzt? Das war damals noch schwer zu bekommen. Heute benutzt man das in fast allen Luftschiffen. Ab und zu sieht man ja diese Reklame-Zeppeline am Himmel. Bisschen klein noch, aber das Prinzip ist großartig. Schwerelos schweben sie da in der Luft. Jeder schaut nach oben und möchte mitfahren. Auch nachts sind sie unterwegs. Sogar von innen beleuchtet. Und da sieht man deutlich, dass sie innen kein Gerüst haben. Es sind Blimps. Bestenfalls haben diese Mini-Zeppeline so eine Art Rückgrat. Und Kiel, das macht sie stabiler. Aber trotzdem, für meine Zwecke sind sie noch viel zu klein. Ich schaue mir lieber den Luftfisch weiter an. Da kann ich was lernen. Ja, so ähnlich werde ich mein Luftschiff auch bauen müssen. Einen Antrieb brauche ich auch. Aber wieso haben Sie denn da vier Propeller hinten? Ja, wir können mit den Propeller das Luftschiff in jede Richtung drücken. Ach, die sind alle schwenkbar. Die sind alle schwenkbar, ja. Also lenken Sie das Luftschiff nur mit dem Antrieb, mit den Propeller? Ja, wir brauchen keine Ruder. Sie brauchen keine Ruder. Sehr trickreich. Aber hier vorne summt so was. Was ist das denn? Das ist das Bugstrahl-Ruder. Ach, und was macht das? Damit kann man die Nase nach rechts und nach links oder nach oben und unten bewegen. Ach, und da ist ein kleiner Ventilator drin? Ja. Und das würde jetzt die Nase nach oben wegdrücken? Genau, so ist es. Sehr elegant. Ja, aber sagen Sie mal, was schleppt denn der denn nun eigentlich so weg? Ich meine, wie viele Leute könnten denn damit verreisen? Leute? Also das hat für den höchsten Nutzlast von fünf Kilo das Luftschiff. Fünf Kilo? Ja. Nur? Was wollten Sie denn transportieren? Mein Bauwagen. Oh, der wiegt doch bestimmt zwei bis drei Tonnen. Ja, allerdings. Na ja, da hätte ich einen Tipp für Sie. Und dann hat er mir den Cargo-Lifter empfohlen. Das ist er hier. Aber das Bild täuscht. Das Ding ist 260 Meter lang. Fast so lang, wie der Eiffelturm hoch ist. Unten am Bauch ist eine Art Scheunentor. Und dahinter sitzt ein gewaltiger Kran, der 160 Tonnen hochziehen kann. Jetzt lässt er erstmal was runter. Wasserballast. Das Schiff bleibt dabei aber wie fest genagelt in der Luft stehen. Es muss nicht landen, um schwere Lasten oder Passagiere aufzunehmen oder abzuladen. Tja, und wozu das Ganze? Na, stellt euch vor, eine Turbine oder sonst was sehr Großes soll von der Fabrik in Deutschland nach, sagen wir mal, Satyama Pirundi in Hinterindien geliefert werden. Dahin gibt's keine Straßen. Das sind nur kleine Dörfer und Dschungel. Da ist kein Hafen in der Nähe und keine Bahnlinie. Nur Trampelfahde. Man müsste für diesen Schwertransport erstmal eine Autobahn bauen. Vielleicht auch noch eine Brücke. Nein, besser geht es so. Man kommt von oben. Man schwebt ein. So wie ich hier an meinem Pappmodell. Großartig. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. So wie hier an diesem Modell, ja, wird jetzt der Bauwagen langsam hochgezogen. Bis da oben hinein. Dann schwebt das Ganze. Und dann fliegen wir rüber zur Hühnerinsel. Nein, wir fliegen nicht. Wir fahren. Ach so, natürlich. Wir fahren, Herr Kapitän. Es ist ja ein Luftschiff und ein Schiff, das fährt nun mal, nicht wahr? Ja. Ja, und dann über den Hühnern, da werden wir... Herr Lustig, welche Hühner? Ja, die Sumpfhühler im Schilfgürtel. Da gehen wir dann runter. Ja, langsam. Erst müssen wir mit Charlie den Landeplatz ausgeschaften. Wer ist Charlie? Charlie? Charlie ist doch unser kleines Luftschiff. Ein Blimp für kleine Ausflüge. Ach so. Ja gut, mit Charlie. Ja gut, dann morgens um sieben bei Charlie. Oh, um sieben, okay. Und das ist Charlie. Ein Kleinluftschiff sozusagen. Aber immerhin so lang wie ein Kirchturm hoch ist. Ach, da haben Sie in den Flaschen das Gas, das Helium, nicht? Richtig, ja. Muss denn das Luftschiff immer wieder neu bedankt werden? Nein, nein, das ist als Reserve gedacht. Wir füllen das nur einmal. Billig ist es wohl auch nicht, oder? Nein, die Füllung kostet 30.000 Euro. 30.000? 30.000. Aber die Klappe da, da lassen Sie doch Gas ab, oder? Nein, nein, das ist keine Klappe, das ist ein Ventil und da lassen wir Luft raus. Luft? Ja, wieso? Ich denke, Sie fliegen mit Gas. Das ist richtig. Wir fliegen mit Gas. Aber stellen Sie sich vor, wir steigen. Oben ist die Luft dünner, das Helium expandiert. Ja, wird größer, dreht sich aus. Wird mehr Druck. Ach so, und dann würde der Zeppelin platzen? Richtig. Und dann haben wir zwei Luftsäcke drin, die nehmen wir Ballonais. Das sind die Ventile, und wenn das Helium drauf drückt, entlang die Luft. Dann geht die Luft raus, und das Ganze steht dann immer noch wie so eine Zigarre. Und platzt nicht. Platz nicht. Sehr trickreich. Ja. Ah, sehen Sie mal. Das Rad schwebt in der Luft. Also schwebt der ganze Zeppelin in der Luft. Ist schwerelos. Ja, da könnte ich ihn auch, ja. Ich kann ihn heben. Ah, Tonnen. Die Bodenmannschaft bereitet schon alles vor für den Start. Sandsäcke korrigieren das Gewicht, damit das Ganze in der Schwebe bleibt. Und dann geht's los. Die Nase wird in den Wind gedreht. Der Mann am Ankermast löst die Bugverankerung. Ja, jetzt das Ganze schön waagrecht halten. Die Triebwerke entschwenken nach unten. Und heben das Luftschiff. Ja, die können jetzt Kaffee trinken gehen. Hier, wir schweben. Das sieht eigentlich aus wie in einem Flugzeug. Ja, hier gibt's auch ganz normal den Höhenmesser, den künstlichen Horizont. Aber hier lenkt der Pilot zumeist mit den Triebwerken. Mal rechts, mal das linke, mal nach oben, mal nach unten. Und so fliegt auch die Kurven. Aber Sie haben sogar keine Pedale für Gas? Nein, wir brauchen keine Pedale. Keine Bremsen? Ja, Bremsen brauchen wir schon. Aber wir haben hier die Möglichkeit, mit den Triebwerken die Propenablätter so zu feststellen, dass die Luft nach vorne geblasen wird und so wie bremsen wird. Ah ja. Das ist ja einmal, das haben alle besseren Flugzeuge. Ah ja. Sagen Sie, kann man das Fenster vielleicht aufmachen? Ja, selbstverständlich. Prima. Ja, da ist sie, die Hühnerinsel. Ah. Sehr schön. Jetzt ganz, ganz langsam und leise. Geht das leiser? Ja, wir machen es leiser. Sie müssen wissen, Sumpfühner sind sehr schläghafte Türen hier. Ja. Ja, wo sind sie denn nun, die Sumpfühner? Da. Moment. Ja. Da, da ist eins. Sehr interessant. Sehr. Ja. Fabelhaft. Von hier oben kann ich die Sumpfühner ja viel besser beobachten als von unten. Vom Schilf höher. Ja. Die sehen mich nicht und ich störe sie nicht. Ja. Ja, so gesehen, und auch wenn man bedenkt, dass es da unten ja keinen Bäcker gibt für die frischen Brötchen morgens, nicht? So gesehen, möchte ich eigentlich gar nicht mehr umziehen mit dem Bauwagen und allem, nicht? Ich könnte doch regelmäßig mit Charlie immer hier drüberfliegen und die Sumpfühner beobachten. Das wäre auch besser für die Hühner, nicht? Ist halt gut. Und das ließ sie sich machen. Ja, das können wir machen. Ihr seht ja, ich habe zu tun. Also, abschalten, ne? Ja. 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 Ja.